Musik Ritzel dir Rats und willkommen zurück bei Dead by Daylight mit dem Demogorgon Alter Rats, also mal schauen wie das so wird, ne? Also, ich lieb den ja Kann ihn jetzt nicht so super gut spielen Aber, ich freue mich trotzdem Aha Ist eigentlich nur doof, wenn ich jetzt schon einen mitgebe Boah, das war äußerst knäpplich Naja, jetzt machen wir erstmal hier noch ein Portal hin Wir müssen ja schließlich Kleines bisschen Unsere Ich will jetzt nicht sagen, das Spinnennetz, aber Oh, da habe ich es wieder nicht richtig gemacht So Na gut, wahrscheinlich zur nächsten Palette, könnte ich mir vorstellen War hier nicht hier oder noch jemand? Sie war doch hier irgendwo Corn blind Das war gut Moody Das war schon wieder sehr knapp Das war noch knapper Leute Oh Das ist echt nur traurig Aber gut Ist eine Übungssache, ne? Zu lange nicht mehr Mit Mopsi gespielt Kanalisieren wir uns einfach mal Da ist ja gar nichts mehr Keiner da Da drüben Ach, da hätte ich mich hinwurschteln müssen Mal halt mal nochmal, nicht Kann man mal schön lassen Okay Du kriegst auch noch eine mit Jetzt seid erstmal alle so halbwegs verletzt Okay Okay Keine Ahnung Sie ist wieder da rein Hier hin Okay Sie schaut auch zu viel nach hinten Aber jetzt ist wahrscheinlich gleich nochmal der nächste Genau Das war so klar Ich hab halt auch nichts Doch Ich hab Hier Ruin Da drüben, ey Das bringt mich nicht so richtig weit, ne? Aha Aha Einmal Okay Hier ist ja irgendwie Ein Totem Das hier Das machen wir dann erstmal Fluxi aus Jetzt hab ich nicht drauf geachtet Da drüben Da drüben also Flatt da rüber Hallo Okay Okay Nochmal erwischt Bringt Bringt mich jetzt halt in ein Gebiet Wo nix ist Das machst du schlau Was will ich denn hier? Was will ich denn hier? Haben die das hier schon wieder weggemacht? Da war doch eins, oder nicht? Was? Nur das hier Noch drei Stück Okay Okay Da hinten Äh Warum hat die jetzt geschrien eigentlich? Ich hab doch hier gar nichts Nichts dieser Art Das sieht die doch natürlich Das hat mich selber verwirrt Was sie da jetzt gerade gemacht hat Machen wir halt Keller Oh Gott, schaffen wir das noch? Oh Mann Okay Machen wir mal da rüber Das war das Ding, was sie angemacht haben Perfekt Nichts Da drüben Okay Da haben sie aber schnell geheilt, ne? Ne So Ich dachte irgendwie, sie wäre schon down Ist sie nicht? Okay Voll verloren Scheiße Gut Gut Hab ich mir schon fast gedacht, dass er das macht Weil 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 halt Weil ich es wahrscheinlich auch versucht hätte gegen Demo So Haben sie es jetzt kaputt gemacht? Man weiß es nicht Man weiß es nicht Lass das Okay Wo? Weg Das ist frech Das ist frech Okay Okay Sie wollte ich jetzt eigentlich nicht Aber Ich hab doch gesehen Wie du da lang bist Würstchen Alter Ich nutze meine Sprungattacke halt fast gar nicht Weil Ich zu schlecht bin Deswegen Hab ich da irgendwie Und die Runde grad sowieso nicht so gut für mich läuft Ist ja nur noch ein Haken Äh Quatsch Ein Haken Äh Ah Da Johnny Das war unverschämt Okay Wollen wir mal so Wollen wir mal so darüber Mann ich hab halt keine coolen Perks Das wollte sie jetzt segnen Das geht mir sehr offen Sagt was du da machst Was machen wir nicht So eine Kage Fuckin hate this Johnny Ist ja klar Ah War ja nicht grad noch jemand Ist nur das graue Kage Perfekt Danke Fürs Zerstören Er hat sich geheilt Das hat ihr an seiner Stelle auch mal gemacht So So Okay Okay Okay, das hier nochmal. Frechheit. Warum habe ich das gerade irgendwie nicht hingekriegt? Ich weiß auch nicht. Oh, Gott sei Dank, dass ich den Johnny mal habe, ey. Boah. Der war echt der Trickyste für mich bislang. Hm, nach hinten ist die andere aber auch nicht. Okay. Ziel geht irgendwie dahin, keine Ahnung. So, was ist das da unten? Ist auch gut. So, sie ist da offensichtlich, oder? Ne. Weiß ich auch nicht, was ich mir da eingebildet habe. So, weil er eh eigentlich die andere war. Okay, ich meine, wir können natürlich einen Tausch machen. Schwupps. Zack. Hm, Verlats. Das hier sieht so aus, wird da ordentlich weitergearbeitet werden. Machen wir erstmal nochmal einen Rums dagegen. Okay. Das hätte ich vielleicht dann doch geschafft. Mist. 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 Nochmal hier rüber. Hm. Hallo. Das ist frech. Wo ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Keine Ahnung. Sie ist so eine Kandidatin, wo ich mir denke, sie könnte sich astrein jetzt irgendwo im Schrank versteckt haben. Okay. Kann ja nicht sein. Na gut. Warum? Ah, da ist die Luke. I see. Na gut. Ja, war spannend und mega aufwühlend für mich. Also, Leute, Leute. Ihr werdet wahrscheinlich tausendmal besser spielen mit dem Demo, aber ich liebe den einfach. Also, ich muss das mit dem Attac noch ein bisschen üben. Aber ich finde, es gibt so viele Killer und ich probiere mich gerade so querbeet. Also, das ist gar nicht so einfach. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.